Große Pressekonferenz im Landratsamt Regensburg, die Neuigkeit. Sternstunden e.V. spendet eine Million Euro für das Projekt Haus Hummelberg. Der KJF Regensburg. Direktor Michael Eibl ist begeistert. Wirklich ein ganz, ganz großer Tag für das Haus Hummelberg, für die KJF, aber vor allem für die Familien mit schwerstmehrfachbehinderten Kindern. Weil heute können wir bekannt geben, dass der große Förderer die Sternstunden mit einer Million des Haus Hummelberg unterstützen und damit all unsere Freunde, Förderer, wie das Armin-Wolf-Lauf-Team, das Regensburger Weihnachtsingen, unsere Landräte, alle Freunde und Förderer unterstützen, dass wir jetzt die Finanzierung sehr, sehr sicher beieinander haben. Es läuft noch ein Förderantrag beim Pflegeministerium, wo wir sehr zuversichtlich sind. Und so können wir heute sagen, es ist genügend Geld zusammen, um die Planungen weiter voranzutreiben. Der Bauantrag ist gestellt und wir können dann sehr schnell mit der Maßnahme beginnen. Haus Hummelberg entsteht im Landkreis Regensburg. Deshalb war die Freude bei Landrätin Tanja Schweiger besonders groß. Es kann losgehen. Wir haben die Zusage von den Sternstunden bekommen, dass mit einer Million das Projekthaus Hummelberg unterstützt wird. Und mit dem, was wir bisher schon über das Weihnachtssingen sammeln konnten, ist jetzt wirklich die Grundlage gelegt, dass der Bauantrag gestellt werden kann und dass man wirklich loslegen kann. Also ein großer Tag zur Freude heute. Und ich möchte mich bei allen, die ihren Beitrag geleistet haben, bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken, die für Haus Hummelberg gekämpft haben und mitgemacht haben. Ich denke, es ist einfach eine gute Sache, dabei zu sein, mitzuhelfen, zu unterstützen, dass Familien mit schwerstbehinderten Kindern auch einmal ein paar unbeschwerte Tage haben können. Vielen Dank. Aus dem Landratsamt Regensburg mit einer tollen Nachricht Armin Wolf.